Hallo, mein Name ist Nicole-Sophie Brunner und ich studiere im fünften Jahr Humanmedizin. In den letzten zwei Jahren war ich die Vorsitzende der ÖH mit Wien und konnte viel erleben und einiges lernen. Ich habe gemerkt, wie wichtig eine starke Vertretung für uns alle ist. Wir brauchen eine Vertretung, die da ist, wenn es Probleme gibt und sich für uns einsetzt, egal was es ist. Ich möchte diese Vertretung für euch sein. Gemeinsam mit meinen Kollegen von der WUM, Marius, Jakob, Alexis, Janik und Noam werden wir euch vertreten. Deshalb brauche ich für mich deine Stimme und auch für die WUM meiner Fraktion. Wir sehen uns also vom 9. bis 11. Mai vor dem Bauteil 88.